Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier unten steht es. Ja, heutzutage von NHL 3 und so, die die Cover-Athleten bekannt gegeben wurden. Die X-Factor Edition ist, oder das Cover der X-Factor Edition ist, veröffentlicht worden. Wir haben Trevor Seagrass und Sarah Nurse, die beide das Cover ziehen. Sarah Nurse, die erste Frau, die jemals auf dem Cover von einem NHL-Spiel erschienen ist. Ganz kurz, wer die Spiele nicht kennt, Trevor Seagrass spielt bei den Anaheim Ducks, nicht Anaheim Mighty Ducks, auch in das Trikot von den Mighty Ducks, der theoretisch anhat, hat kürzlich die Nummer von 46 auf Nummer 11 gewechselt. Hat nicht mal 100 Spiele in der NHL absolviert. Klar, wegen seiner, ja doch etwas spektakulären Spielweise deswegen aufs Cover gekommen. Äh, gibt's natürlich andere Spieler, wo es mir persönlich lieber gewesen wären, wo es auch mehr verdient hätten, aber man weiß nie, was dahinter steckt. Äh, mit Sarah Nurse, nicht nur die Schwester von Daniel Nurse, von Edmund Eulers, sondern auch die Goldmedaillengewinnerin von, äh, von 2022 in Peking. Dazu noch, äh, kanadische Team-Captain und natürlich auch Rekordhalterin dieses Jahr, in dem sie zwei neue Rekorde aufgestellt haben, nämlich die meisten Punkte mit 18 Punkten und die meisten Vorlagen mit 13 in einem, ja, in einem einzelnen Damen-Turnier. Was noch am Cover auffällt, die letzten Jahre waren ja eher, ich sag mal, meistens irgendwie ein simpler Hintergrund, wenn wir bedenken, aus dem Matthews stand einfach nur vor dieser Kabine, mehr oder weniger. Wir hatten davor, aus dem Matthews davor war von dem niederen Hintergrund, dann P.K. Soberber von einem gelben Hintergrund. Jetzt machen wir hier Palmen dahinter am Tor. Passt halt zu dem ganzen, äh, eigentlich schon fast zum Summer of Cell, aber auch natürlich zu den Anaheim Ducks, die ja vor Palmen spielen. Auch mit dem geschmolzenen Eis. Finde ich ganz, ganz nett eigentlich, diese ganze, dass man was anders geht in kurzen Hosen oder hochgekrempelten Hosen. Ist mal was anderes, kann man sicher machen, als einfach nur irgendeinen Spieler zu nehmen in der Ausrüstung und hinzustellen. Und wenn wir uns das Cover nochmal ganz genau anschauen, das sieht man hier unten auch im Eck dieses Logo für dieses Dual Enthalement. Das heißt, normal bedeutet das, dass man quasi eine alte Generation zu neuen upgraden kann. Das heißt, dann wieder von, 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 von der PS4 sein Team mitzunehmen auf die PS5. Wie man es im letzten Spiel ausschauten mag, dass man bestimmte Spieler, äh, ja, sichern kann, einen Trainer sichern kann und kann dann umziehen zum neuen Spiel. Äh, gutes Zeichen, allerdings ein schlechtes Zeichen für Crossplay. Das wird sich zeigen, ob es morgen, äh, dann bekannt gegibt im Trailer. Das, äh, wird bestimmt spannend. Dann ist dieser, dieser Post von, von EA Sports an der Stelle auch von einigen, ja, ja, Herstellern und Sponsoren geliked, beziehungsweise kommentiert worden. Wenn man hier mal auf, auf Bauerhockey zum Beispiel klickt, hab ich das schon mal extra vorbereitet. Es ist auch ein kleines Video, wie er, wie er, sowohl von der, von der Trikot-Nummer wechselt oder von, von der 46 auf die 11, als auch ein weiteres Video. Das gucken wir uns mal schnell an. Hier haben wir eben den, den Wechsel, auch dieser schmelzende Eisblock. Von der 46 geht's auf die 11. Danach kommt noch ein zweites Video, auch sehr, 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 ja, schönes, schön animiertes Video hier. Das zweite finde ich schon fast interessanter. Das ist nämlich ein Gameplay, Gameplay, wo der Cover-Athlet noch mal drankommt. Hier dieser, dieser Hechtsprung oder was auch immer das sein soll. Gut, da haben wir den, wahrscheinlich der Michigan, hab's mir noch gar nicht genau angeschaut. Ja, Michigan, also ein Lacrosse-Tor, wie es im Umgangssporting heißt. Jetzt schauen wir uns nochmal an das zweite Video. Aber hier allein dieser, dieser Puck-Move und da das In-Gameplay ist, also kann das auch sein, dass es so irgendwie im Spiel drankommt, dass da irgendwas gibt, wo man eben diese, diese, diese Aktion machen kann. Also alles im Allen lässt sich schon viel Interpretationsspielraum zu, was man morgen im Trailer, was uns am Morgen um 17.00 Uhr im Trailer erwartet. Morgen um 17.15 Uhr geht ein Video von mir online, wo wir dann das alles genau analysieren, was da, ja, was, was, was neu ist, was drankommt, was, was bekannt gegeben wird. Und auch natürlich den neuen Trailer, den zeigen wir dann in voller Länge und nehmen den Bild für Bild auseinander. Deswegen morgen 17.15 Uhr und danach das zweite Video, denke mal 17.30, 17.45 Uhr. Schauen wir uns das alles dann genau im Detail an und dann, ja, immer wieder Video liken. Danke an die neuen Abonnenten oder die neuen Follower, die dazukamen hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns morgen wieder, beziehungsweise nachher gibt es erst mal Belohnungen, aber das ist eine andere Geschichte noch im NHL 22. Ja, dann wieder morgen in unseren neuen Kanal abonnieren, die Videos liken und dann sauber bleiben. So schaut's aus. Bis zum nächsten Mal.